Hallo und willkommen zurück zu Lords of Chulima und das könnte jetzt die letzte Runde nach Nabros sein, denn da schienen jetzt nicht mehr so super viele Gegner zu sein. Wohl. Schauen wir mal. Insgesamt waren das jetzt sieben Grocken, glaube ich, die ich da geschnetzelt hab. Können wir hier auch gerade Nahrung sammeln. Nach unten ging es nicht mehr, aber da ist noch Nahrung auf jeden Fall. Und bei der Gelegenheit können wir noch einen Abstecher nach unten machen. Und hier auch mal versuchen, dieses Dings da, Bernstein-Diamat, nichts passiert. Nala-Et, okay. Bernstein. Nala-Et. Nein. Hätte man das auch ausprobiert. Hm. Hätte noch eine Stunde. Dann hätte ich nicht hier runterlaufen dürfen. Naja, gut, egal. Da verzichte ich jetzt halt auf diesen einen Cast, auf den einen Gulad. Nein. Das ist hier noch einer. Und das hier könnte aber eine andere Gruppe sein. Gucken wir hier mal. Hallo. Wobei... Ne. Verzichte ich nicht drauf. Das sind nochmal 100 Gold. Dann laufe ich einfach mal zuerst zu dem, mach den Platz und danach kann man immer noch die Nahrung einsammeln. Blum, 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 blum. Fünf Stunden, ja. Das sind so vier Stunden. Wenn ich dann hier komplett auf dem Weg bleibe, sollte das passen. Noch drei Stunden, ja. Das passt. Und fangen wir mit dem in der Mitte wieder... Ne, auf der linken Seite wieder an. Ähm. Wer kann nichts machen? Hätte halt normal zuschlagen können, aber... Schutz. Bisschen Gift. Einmal eine Regeneration aus sich selber. Ist immer noch am Warten. Die ist viel zu spät dran da. Der ist jetzt schon zum dritten Mal dran. So, einmal Gulod, bitte. Blum. Oh, eine Regeneration drauf. Das ist der Bogenschütze rechts hinten gewesen. Können wir aber noch nicht viel mitmachen, weil der hier dann auch gleich stirbt. Zack. Ich bin die Master. Ich bin die Master. Oder so. Wobei irgendwie da keinen Sinn macht. Ähm. Mittig. Big Soldier. Waffeln mach ich da. Zack. Haben wir leider immer noch nichts, worauf wir das effizient einsetzen können. Hier ein Hot drauf. Ich bin die Master. Ich bin die Master. Okay. Blum. Ich bin die Master. Neuer Gulotz Der braucht auf jeden Fall jetzt Ne Heilung Oookay Machen wir hier die Heilung Puh, Glück gehabt Das war links Das war nichts Puh, okay Einmal Heilung da drauf Wird Zeit, dass die mir irgendwas zum Abfackeln freigeben Okay Das ist die erste Reihe, die dann stirbt Beschleunigen wir das Ganze da Wieso mögen die denn nicht? Das ist der Bogenschütze hinten links Okay Machen wir erstmal eine Heilung So, einmal abfackeln Und zwar die beiden Ähm Er könnte einmal normal heilen Oder die Blutung entfernen Nehmen wir die da weg Das war egal Der Typ kann auch weg Aber ich nehme mal Den da hinten Mh Der fackelt ab Zack Einen neuen, bitte Schön Weg Zing Und Hm Hm Ne, ich glaube die töte ich nochmal Die beiden sind noch nicht getappt Bei denen nur der hintere Naja, komm was solls Okay Okay, einmal Mana regenerieren Das war jetzt der Hinterer Zack Ich bin der Master Ich bin der Master Der kann auch zwei Mal Machen wir einfach hier drauf Wunderbar, dann haben wir auch beide davon Nochmal regenerieren. Zack. Oha. Weg. Nehmen wir den. Aua. Der hat sich aber ziemlich böse damit selber vergiftet gerade. So, Golot ist alle. Dann zauber ich noch hier drauf. Die brennen dann auch direkt ab. Ähm. Nehmen wir hier auch noch einen Hox drauf. Zack. Naja, hätte ich ruhig treffen dürfen. Der auch. Geil. Auch kaputt. Weg mit dir. Und der letzte. Batsch. Kaputt. Und dann haben wir wieder ordentlich Kohle bekommen. Wunderbar. Und die Area ist sauber. Nochmal 945. Und dadurch haben wir zwei Level-Ups bekommen. So. Und dann werde ich auch mal wieder zurück. Zum Speichern. Und dann werde ich als nächstes noch ganz recht mit dem Typen reden. Und dann den, ähm, den Kunzen töten. Und dann den, äh, den... So. Speichern. Stufenaufstieg auf 13, aber ich glaube auf den ungeraden Zahlen gab es da nichts. Ja, ist alles gerade Zahlen. 13 gibt es nichts. 14 gibt es Lightning und Lightning hatte ich mir rausgesucht, das auch zu machen. Das macht elektronischen, genau, elektrischen Schaden und Stunt für ein paar Sekunden. War aber glaube ich nur auf ein Ziel. Bin ich mir nicht ganz sicher. Mana auf jeden Fall. Äh, Mana, Schnelligkeit auf jeden Fall. Und nehmen wir nochmal Energie mit. Ja, wobei die im Moment ganz gut damit haushaltet, aber das liegt auch daran, dass der Zauber mittlerweile etwas veraltet ist. Ähm, Meditation wieder nehmen, Lernen, Bewahrnehmung. Boah, die Zauber brauchen wir nicht mehr weitermachen. Nehmen wir noch die Immunität mit. Und hier, die steigt jetzt schon auf 14 hoch. Mana. Und hier machen wir Meditation, Lernen. Ne, Meditation nehmen wir nicht. Dann nehmen wir hier den Golot wieder. Wobei, jetzt kann ich den dreimal normal beschwören, ohne dass ich da was groß machen muss. Ich glaube, das halte ich jetzt erstmal so. Und ich werde den hier nochmal ausbauen. um dann da theoretisch auch in der Arena was machen zu können. Diese war 14 und bei 14 kann die jetzt war, glaube ich, hier eins von neu. Oder? Ja, Haralds Power war neu. Kraft ist hier als Mana-Punkte erhöhen. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Damit könnte der Golot halt dann öfter casten. Wir bräuchten den nicht so häufig zu zaubern, aber fünf Mana müsste man eventuell zwei-, dreimal steigern. Dann könnte der viermal casten statt dreimal. Hm, wäre eine Überlegung wert. Ich werde weiter das erstmal so machen und nur einmal Valvet vorbei. Ah, doch, machen wir mal so. Jawohl. Jetzt hat sie halt im rohen Zustand ohne Buffs 93 Mana. Das ist schon ordentlich. Jetzt kann man speichern. Und, ähm, dann, äh, geht's wieder zurück. den Prinzen umhacken. Beziehungsweise erstmal auch mal mit dem Typen reden. Gucke ich mal, ob das jetzt auch noch einer der Truppe war, ganz rechts. Ich glaube aber nicht, dass der war von einer anderen, äh, von einem anderen, äh, Prinzen. Mal schauen, ob man die dann auch alle umhacken muss. wobei das jetzt verhältnismäßig schnell ging, wenn man das jetzt mal mit anderen Sachen vergleicht. Alles, ich glaube, anderthalb Stunden, vielleicht knapp zwei Stunden gedauert. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, hier zwei, drei Stunden dran zu sitzen. Achso, ähm, Nahrung einsammeln. Und hier ist sicher ja auch wieder was. Ja, die acht Stunden ist halt minimal, wenn wir da irgendwo hinlaufen, dann sind die acht Stunden schon weg. Also hier durch das Grün an der Straße geht's. Ganz rechts war, glaube ich, noch eine Pflanze. Boah, warte es so, geh mir aus den Augen. Na, oh, ich mache mich auf den Weg. Sehr schwierig. Ach, die sind höher. Aber, ähm, dann gehören die wahrscheinlich hier auch nicht zu. Dann kann ich einfach jetzt den Prinzen umschießen. Hallo, ich bin wieder da. ist auch sehr interessant, äh, mein, äh, Sheet, wo ich die ganzen, ähm, Skills aufgelistet hab. Da waren halt vor Release immer so, pff, zwei bis drei Leute drauf und jetzt sind da immerhin gerade 42 Leute, die sich diese Sheet dann mal angucken. Ist aber halt auch sehr nützlich, so eine Übersicht zu haben. So hab ich's ja gemacht. Äh, denn hier diese Übersicht, die man im Spiel hat von den Charakteren, die, was man, was die Charaktere lernen können, ist halt ein bisschen lächerlich. So, die, äh, ganzen Dialoge werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern auch einfach nur durchklicken. Ähm, wer das jetzt noch mal in Ruhe durchlesen will oder so, der kann noch mal Teil 26 angucken. Bla, 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 bla. Und dann werden wir mal diesen erbitterten Kampf machen. Ähm, fackeln wir den mal ab. Holen wir auch noch die Essenz von dem raus. Shurikens brauchen wir nicht. 62, da wäre natürlich jetzt noch mehr gegangen, theoretisch, wenn wir den höheren hätten, aber... und machen wir noch ein Walvet. Einmal Schutz. Wusch. Und der kriegt hier eine Heilung drauf. auf. Na la, jetzt setzen wir den. Stunnen. gut. Und... und... ähm... ja, können wir noch draufschlagen. verbundet. noch mal eine Heilung. Quatsch. Wenn er das nächste dran ist, das nächste Mal dran ist, dann tötet er sich selber. 30 Feuer. Ratsch. Kaputt. Und da haben wir den Schlüssel für diesen Fabret-Tempel und da können wir dann als nächstes rein. So, endlich konnte ich Prinz Nengoth konfrontieren. Leider fuhr ich nicht sehr viel aus unserem Aufeinandertreffen. Er war sehr Wodkack und der Kampf begann, bevor ich mehr Informationen herauskitzeln konnte. Er war ein schwieriger... Es war ein schwieriger Kampf, doch am Ende war ich siegreich und erlangte den Schlüssel zum Tempel von Fabret. Ich bin sehr neugierig, was er hinter den Türen zu seinen Kammern versteckte. Der Schlüssel zum Tempel von Fabret in Vellegarn war nicht länger in den Händen von Prinz Neng... Prinz, genau, Prinz Nengoth mein Verlangen in den Tempel einzudringen und herauszufinden, was hinter seinen imposanten Mauern zuging, war groß. Und 62 Gold. Flöp, weg ist er. Dann rasten wir auch noch gerade, bis alles gerustet ist, genau, bis alles voll ist und wir machen einen Stufenaufstieg lernen und dann Immunität kann er mal lernen. Bögen noch weiter steigern. Macht keine auslösende Stärke. So. Okay. Dann haben wir das. Knappe oder so waren ja nicht. Was ich auch noch machen können. Während du den Thronraum verlässt, kannst du sehen, wie Nengoth Soldaten die Flucht aus dem Schloss angeht und jetzt der Anführer tot ist, scheint die Armee zu zerfallen. Das können wir auch noch entschärfen. Schwierigkeit 13. Äh, war vielleicht dann einmal. Also ganz unten war ja noch diese Schatzkammer. Diesmal ist dann eine Falle, aber beim ersten Mal keine. Glaube ich. auch schon lange nicht mehr gemacht. 18 sind das. Eins, ja gut, dann müssen wir. Jetzt sind 17. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, das muss ein ziemlich weiter Weg jedenfalls sein. Gold, Gold, mehr Gold. Acht, sehr kurzer Weg. Das ist geraten, das ist auch geraten und Bam. Gold, können wir wieder einen Skillpunkt kaufen. Und dann ist auch hier wieder alles fertig. Von der anderen Seite. der Gaulen steigt auch bald auf. Können wir jetzt den Teleporter nehmen, um uns nach Hause zu teleportieren. E.T. nach Hause teleportieren. Da haben wir Mampf. Immer mit. Und hier haben wir auch noch Mampf. Wellegarn. ist noch nicht neu gekommen. Greetings, stranger. Ich bin froh, dich wiederzusehen, mein Freund. Oh, der junge Held ist zurückgekehrt. wenn ich mir überlege, dass ich dich für einen simplen Bauern gehalten hatte. Der erste Eindruck kann trügen, Drogo. Hast du mehr Getreide für mich? Nein. Goodbye. Good day. Es ist wahrlich unglaublich. Du hast den Prinzen besiegt. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Erlaube mir, meine Dankbarkeit zu zeigen, indem ich dich meine geheimsten Künste lehre. Alle Charakter einen Fähigkeitspunkt. Was wird mit dem Schloss und den Anführern des Dorfes passieren? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht. Du kannst aus dem Schloss nehmen, was immer du willst. Hab ich schon. Das ist das Mindeste, was wir dir anbieten können für das, was du getan hast. Vielleicht möchte einer von euch unser neuer Herrscher werden? Vielleicht in der Zukunft. Doch, vorerst haben wir eine Mission zu erfüllen. Wir werden auf deine Rückkehr warten. Mögen die Götter dir auf deiner Mission beistehen, mein teurer Freund Gaulen. Keine neuen Aufgaben. Und dann nehmen wir diesen Fähigkeitspunkt auch noch. Wobei, ich gucke erstmal, was er in seinem Angebot hier hat. Willkommen in meinem Sturm. Ich danke dir im Namen aller Händler für die Befreiung der Tyrannen des Prinzen Nengorth. Bitte akzeptiere dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ein Lebenstrank. Ich würde gerne einen Blick auf deine Waren werfen. Ein Knochenstab. Bronze Katana der Initiative. Ist aber alles ziemlich sinnlos. Müll, 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 Müll. Ist auch glaube ich nichts Neues. See you soon. See you soon. Okay. Was war denn das für ein Trank? Halt schwere Wunden. Na toll. Guten Tag, ich bin erfreut euch wiederzusehen. Wie immer könnt ihr hier Rationen kaufen, die tagelang halten werden. Natürlich kostet das Essen mehr, je länger wir es haltbar machen. Danke, dass ihr uns aus der Terranai befreit habt. Bitte nehmt diese Rationen. Das ist alles, was ich euch geben kann, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Danke. Tschüss. Willkommen Tyrannei befreit habt. Heute halten wir ein Fest mal zu euren Ehren, bei welchem ihr alle trinken könnt, bis ihr umfallt. Und so war es. Alle Dorfbewohner kamen zu der Feier, die Terry euch zu ehren veranstaltete. Du hattest eine wundervolle Zeit und konntest in all dem Gelächter auch Erfahrungen durch die lebhaften Unterhaltungen sammeln. Ah, 400 Erfahrungspunkte und damit ist er aufgestiegen. Sehr schön. Danke. Dann machen wir jetzt hier mal langsam das Geschick hoch, damit er da auch bessere Sachen verwenden kann, denn für die Äxte, vor allem für die Zweihand-Äxte braucht man halt doch schon erhebliche Anforderungen. Ähm, Battle Axe beispielsweise. Naja, 14 Gewand halt sind das auf für Iron. Aber, ähm, ja, die habe ich halt nicht. Stärke bräuchte man allerdings auch noch wesentlich mehr dafür. Ähm, dann machen wir erstmal die Stärke, da haben wir jetzt primär erstmal mehr von. Dann einmal Lernen, einmal Kräuterkunde, Geländekunde und die Immunität nehmen wir mit. Und schnelle Reflexe können wir auch mal mit anfangen. Äxte brauchen wir erstmal nicht. ja, hier die beiden Sachen könnte man natürlich auch noch irgendwann steigern. So. Anna Punkte 19, das müsste man natürlich auch irgendwann erhöhen. Wahrscheinlich. nicht. Erst wenn ich mit dem Rest zufrieden bin. Okay, dann haben wir die Priesterin, die gibt es wahrscheinlich irgendeinen Buff, der dann aber sofort ausläuft. Der Gaulen hat jetzt 20 Stärke. Ich glaube, damit kann man hier so ein Grab öffnen. Speicher habe ich ja gerade. Des absoluten Schutzes. Lalalala, öffnet das Grab. Ne, mach mal nicht. Es lohnt nicht und ich will nicht, dass ich da irgendeinen geheimen Tag bekomme, Grabräuber oder sowas. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich mir das bei Fallout passiert ist, dass ich das irgendwann mal ein Grab ausgehoben habe und dann haben mich alle gehasst, weil ich so ein Trait hatte. Das habe ich aber erst später gemerkt und das ist dann so ein bisschen doof. Möchtest du dafür gesegnet sein, dass du den gottlosen Prinzen getötet hast? Lasse dir das Licht der Götter ein Leuchtfeuer auf all deinen Wegen sein. Sogar besser als Tempel Tempel von Fibrid gehen, würde ich sagen. Das mache ich dann allerdings beim nächsten Mal, um jetzt hier mal das schön einteilen zu können. Also bis zum nächsten Mal, wenn es zum Tempel geht. Ciao!